Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paterapeut bzw. Coach in Hamburg und Berlin in der Nähe von München. Seid ihr eigentlich auch? Wird ihr auch eure alten Tage mondsüchtig? Boah, ich glaube es war wieder Vollmond oder Neuenmond oder ich weiß nicht. Boah ey, ich habe geschlafen. Verrückt. Nur grauses Zeug geträumt, krass. Aber was ich sagen wollte, bis morgen Abend gibt es noch 12% auf meine Bootcamps in Hamburg und Berlin. Ende des Jahres sichert euch da noch ein schönes Plätzchen. Und auf meine Kurspakete, also diese Pakete wo Hauptmodule drin sind und so. Und auf Sessions bei mir. Ich bin jetzt auch in Berlin im Winzviertel. Da habe ich einen neuen Ort für Paartherapie Sessions. Und genau, was gibt es noch Lustiges zu sagen? Ja, genießt ihr auch den Spätsommer. Ist ja echt herrlich, ne? Wirklich cooles Wetter. Wunderbar. Solange man alles ausblendet und keine Nachrichten guckt, kann man es auch genießen. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ansonsten keine Themen. Wenn ihr Fragen mich habt, schickt mir an support.liebeship.de oder ein Formular auf meiner Website. Ich freue mich immer über neue Anfragen. Und genau, was ich noch fragen wollte. Ich überlege immer, ob ich mal so eine Manifestations-Challenge mache. So ein bisschen experimentell. 30 Tage, ein bisschen ein spirituelles Programm. Wo man versucht, sich total einzustellen auf coole Sachen, die man vielleicht ins Leben zieht. Keine Ahnung, ob das noch nicht so richtig ausbaldowert das Ganze. Aber würde mich mal interessieren, ob ich das interessiert. Schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet mir. Und wir werden es auch wieder sehen. 4. 10. 10. Vielen Dank.